Buch 8 Vor den Toren der Kirche 1. Mein Gott, voller Dank will ich an Deiner Barmen mit mir denken. Übergossen seien meine Gebeine von Deiner Liebe. Sie rufen jetzt, Herr, wer ist Dir gleich? Du hast meine Fesseln gelöst, ein Opfer des Lobes will ich Dir singen. Wie Du sie zerbrochen hast, das will ich erzählen. Wenn Deine Anbeter es hören, werden sie sagen, Gepriesen sei der Herr im Himmel und auf Erden, Gewaltig und wunderbar ist sein Name. Deine Worte hatten sich in meinem Herzen verankert und von allen Seiten war ich von Dir umgeben. Dein ewiges Leben war mir gewiss, obwohl ich es nur im Rätsel und wie durch einen Spiegel hindurch geschaut hatte. Inzwischen waren meine Zweifel über Deinen Bestand, von dem aller Bestand ausgeht, geschwunden. Ich wollte nicht mehr Deine Existenz mit Sicherheit erkennen, sondern beständiger in Dir zu stehen kommen. In meinem zeitlichen Leben aber schwankte alles, denn das Herz musste vom alten Sauerteig gereinigt werden. Der Erlöser selbst als Weg zog mich an, aber auf seinem engen Weg zu gehen, schien mir noch verdrießlich zu sein. Du gabst mir den Gedanken, ein Simplicianus zu besuchen. Das erschien mir gut. Er machte ganz den Eindruck, Dein guter Diener zu sein, und Deine Gnade strahlte von ihm aus. Auch hatte ich gehört, er habe Dir von Jugend an treu gedient. Er war damals schon alt und hatte in der langen Zeit, während Dir er mit echtem Eifer Deinem Weg zu folgen suchte, – so schien mir – viel Erfahrung gesammelt und vieles gelernt. So war es auch. Ich wollte ihm daher meine Bedrängnis schildern, damit er mir die Mittel für einen Menschen meiner Lage zeigte, um auf Deiner Bahn zu wandeln. 2. Ich sah die volle Kirche, aber der eine ging dahin, der andere dorthin. Mir jedoch gefiel nicht mehr, was ich in der Welt trieb, sie war mir sehr lästig geworden. Die sinnliche Lust entflammte mich nicht mehr wie früher, als die Begierde nach Ansehen und Geld mir half, die elende Sklaverei zu ertragen. 3. Meine Freude an diesen Dingen besaß den früheren Reiz nicht mehr, wenn ich sie mit Deiner Köstlichkeit und mit der Schönheit Deines geliebten Hauses verglich. Und doch blieb ich an der Frau kleben. Der Apostel verbot mir die Heirat ja nicht, obwohl er mich zu einer besseren Wahl ermahnte und sehr gewünscht hatte, alle Menschen wären wie er. Ich jedoch fühlte mich dem nicht gewachsen und wollte mich weicher betten. Diese einen und einzigen Sache wegen schlug ich mich auch in allen anderen Sachen mit Überdruss und lästigen Sorgen herum. Es gab noch andere Dinge, die ich nicht leiden konnte, die ich aber mit meinem Eheleben hätte in Einklang bringen müssen. Nahm ich dieses auf mich, so war ich streng gebunden. Der Mund der Weisheit hatte mich zwar belehrt, es gäbe Verschnittene, die sich selber um des Himmelreiches Willen verschnitten hätten, aber dann war hinzugefügt, wer es fassen kann, der fasse es. Sicherlich sind eitel alle Menschen, denen die Weisheit Gottes fehlt und die aus den sichtbaren guten Wesen den nicht finden können, der ist. Aber in solcher Eitelkeit war ich nicht mehr, ich hatte sie überschritten. Dank dem Zeugnis aller Kreatur hatte ich dich gefunden, unseren Schöpfer und dein Wort, das mit dir zusammen der eine Gott ist, das Wort, durch das du alles geschaffen hast. Es gibt noch eine weitere Art von Gottlosen. Sie erkannten zwar Gott, gaben ihm aber nicht die gottgebührende Ehre und Danksagung. Auch hier war ich gefallen, aber deine Rechte hatte mich ergriffen und mich von dort weg in den Stand gesetzt zu genesen. Denn du sprichst zu Menschen, siehe, die Hingabe an Gott ist die Weisheit, und, die sich für weise hielten, sind zu Toren geworden. Schon hatte ich die kostbare Perle gefunden und ich hätte sie nach Verkauf meines ganzen Besitzes erwerben können. Aber ich zögerte. 3. Ich machte mich auf zu Simplicianus, der dem Bischof Ambrosius beim Empfang der Gnade ein Vater gewesen war und den dieser wirklich wie einen Vater liebte. Ich erzählte ihm meine Irrfahrt. Ich berichtete ihm, ich hätte gewisse Bücher der Platoniker gelesen, die vormals Victorinus übersetzt hatte, ein römischer Redner, der als Christ gestorben war, wie ich gehört hatte. Da beglückwünschte er mich, dass ich nicht auf die Bücher anderer Philosophen verfallen war, die gemäß den Elementen dieser Welt voll von Betrug und Täuschung waren. Hier dagegen würde auf jegliche Weise Gott und sein Wort nahe gebracht. Um mich dann in die Demut Christi einzuführen, die den Weisen verborgen, den Unmündigen aber offenbart ist, erwähnte er eben diesen Victorinus, den er in Rom sehr gut gekannt hatte und von dem er mir Dinge erzählte, die ich hier nicht verschweigen möchte. Denn die Geschichte dieses Mannes ist ein herrliches Lob auf deine Gnade. Der alte Mann, Victorinus, war hochgelehrt und besaß die vollendete Kenntnis aller freien Künste. Er hatte die Meinungen vieler Philosophen gelesen und besprochen, war der Lehrer zahlreicher Senatoren gewesen. Er hatte für seine glänzende Lehrtätigkeit eine Ehre erhalten, die von der Welt aufs Höchste geschätzt wird, ein Standbild auf dem römischen Forum. Er war bis in seine hohen Jahre ein Verehrer der Götter geblieben und hat an den Götzendiensten teilgenommen, woran damals fast der ganze römische Adel eifrig teilnahm. Er selbst hatte das Osiriskind und allerhand göttliche Ungeheuer ja auch den Kläffer Anubis verehrt, die sonst gegen Neptun, Venus und Minerva die Waffen erhoben hatten, Götter, die Rom damals besiegt hatte, nun aber anbetete. Das hatte der alte Victorinus viele Jahre lang mit donnernder Rede verteidigt und doch errötete er nicht, zum Knecht Jesu zu werden und zum Kleinkind an deinem Taufbrunnen den Nacken unter das Joch der Demut zu beugen und die Stirn zu senken vor der Schmach des Kreuzes. 4. O Herr, der du die Himmel geneigt hast und herabgestiegen bist, der du die Berge berührst, damit sie rauchen, wie hast du nur den Weg in sein Inneres gefunden? Er las, wie Simplicianus ihm erzählte, die Heilige Schrift und durchforschte sehr eifrig und genau die christlichen Autoren. Dem Simplicianus aber sagte er nicht öffentlich, sondern geheim und vertraulich, du sollst wissen, dass ich bereits ein Christ bin. Dieser erwiderte, das glaube ich nicht, ich werde dich erst dann zu den Christen zählen, wenn ich dich in der Kirche Christi sehe. Er entgegnete scherzend, dann sind es also die Mauern, die den Christen machen? Er wiederholte öfter, er sei bereits ein Christ, doch Simplicianus gab ihm immer die gleiche Antwort, worauf er den Scherz mit den Mauern wiederholte. Er fürchtete nämlich, bei seinen Freunden anzustoßen. Das waren stolze Dämonen-Anbeter, die aus der Höhe ihrer babylonischen Würde, wie Libanon-Zedern, die der Herr noch nicht zerschmettert hatte, auf ihn einen heftigen Zorn niedergehen lassen würden, wie er meinte. Als er dann aber durch Lesung und innere Sehnsucht Festigkeit gewonnen hatte und fürchtete, er könnte von Christus vor seinen Engeln verleugnet werden, wenn er sich fürchtete, ihn vor den Menschen zu bekennen, ja, sich in schwerer Sünde schuldig glaubte, wenn er sich des Mysteriums der Demut deines Wortes schämte, während er dies angesichts der lästerlichen Mysterien der stolzen Dämonen, als ihr stolzer Nachahmer nicht tat, da schämte er sich des Wahnsinns, er rötete vor der Wahrheit und sagte unverhofft zu Simplicianus, wie dieser erzählte, Gehen wir zur Kirche, ich will Christ werden. Dieser war außer sich vor Freude, ging mit ihm hin und als er einmal mit den ersten Mysterien der Lehre vertraut war, schrieb er bald darauf auch seinen Namen für die Wiedergeburt der Taufe ein, zum Staunen Roms und zur Freude der Kirche. Die Hochmütigen sahen es und zürnten, sie knirschten mit den Zähnen und vergingen vor Ärger. Für deinen Diener aber war Gott seine Hoffnung und er kümmerte sich nicht mehr um die leeren Reden und verrückten Lügen. 5. Schließlich kam die Stunde zum Bekenntnis des Glaubens. Es wird von denen, die zu deiner Gnade hinzutreten wollen, auswendig gelernt und angesichts des ganzen gläubigen Volkes in Rom von erhöhter Stelle aufgesagt. Die Priester, erzählte Simplicianus, boten dem Victorinus an, es in einem kleinen Kreis abzulegen. Diesen Vorschlag machte man immer denen, die aus Schüchternheit unsicher werden. Aber nein, er wollte das Bekenntnis seines Heiles ablegen vor der ganzen Heiligen Versammlung. Was er als Lehrer der Redekunst vorgetragen hatte, war nicht das Heil gewesen und doch hatte er es öffentlich gemacht. Um wie viel weniger dürfte er sich scheuen, vor der frommen Menge sein Heil zu bekennen, er, der sich nicht gescheut hatte, mit seinem Wort auf den törichten Haufen einzureden. Also steigt er hinauf, um den Glauben zu bekennen. Da ruft jeder, der ihn kennt, seinen Namen dem Nachbarn zu. Und wer kennt ihn nicht? Ein allgemeiner Freudenruf dringt von allen Lippen empor. Victorinus! Victorinus! Mit einem Schlag wird daraus ein allgemeiner Jubelschrei. Er bricht ab, um ihn zu hören. Er trägt den wahren Glauben mit strahlender Gewissheit vor. Da wollen ihn alle in ihr Harz reißen. Es ist ein Reißen in Liebe und Freude. Es sind die Hände, die ihn an sich reißen wollen. 6. Guter Gott! Was geht dem Menschen vor, wenn er sich über das Heil einer Seele, an der er verzweifelt ist, über ihre Befreiung von einem großen Unheim mehr freut, als wenn ihm die Hoffnung immer weiter verblieben oder die Gefahr nur geringer geworden wäre? Auch du selber, mein herziger Vater, freust dich mehr über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Wir hören es mit großer Freude, wenn wir vernehmen, wie der Hirt auf jubelnder Schulter das verirrte Schaf heimträgt und wie die Drachme zurückgelegt wird in das Schatzhaus unter der gemeinsamen Freude der Nachbarinnen der Frau, die sie wiederfand. Tränen treibt uns die Festesfreude deines Hauses hervor, wenn uns in deinem Hause die Geschichte von einem jüngeren Sohne vorgelesen wird, weil er tot war und wieder aufgelebt ist, weil er verloren war und wiedergefunden wurde. Ja, du freust dich wirklich in uns und in deinen Engeln, die heilig sind, weil sie heilig lieben. Du allerdings bist der Immergleiche, denn auch die Dinge, die sich nicht immer gleich verhalten, hast du immer auf die gleiche Weise gekannt. Sieben Was geht also in der Seele vor? Sie empfindet mehr Freude darüber, wertvolle Dinge erst zu erringen oder neu zu gewinnen, als wenn sie diese schon immer besessen hätte. Das belegen viele Vorgänge, Beweise gibt es zuhauf. Alle rufen, so ist es. Es triumphiert der siegreiche Kaiser, aber ohne zu kämpfen hätte er nicht gesiegt und je größer in der Schlacht die Gefahr war, umso größer ist später die Freude beim Triumph. Der Sturm schleudert die Seeleute hin und her, der Schiffbruch droht, alle erbleichen vor dem nahen Tod. Da werden Himmel und Meer still und der Jubel ist so stark, wie die Angst vorher groß war. Ein geliebter Mensch ist krank, sein Puls verheißt nichts Gutes. Alle, die ihn gesund sehen möchten, erkranken an der Seele mit ihm. Die Krise wendet sich zum Besseren und wenn er auch noch nicht mit der früheren Kraft einhergeht, so herrscht dennoch eine Freude, wie sie nicht da war, als er gesund und kräftig dahinschritt. Selbst sinnliche Freuden im Leben gewinnen die Menschen nicht nur durch unerwartete und ungewollte Mühsal, sondern sogar willentlich herbeigeführt. Essen und Trinken bereiten kaum Vergnügen, wenn nicht der Mangel als Hunger und Durst vorausgeht. Selbst Trinker nehmen Gesalzenes zu sich, damit ein lästig brennender Durst entsteht, den im Trinken zu löschen eine Lust ist. Schon verlobte Bräute werden in der Sitte gemäß nicht sofort übergeben, damit der Gatte sie nicht als billiges Geschenk betrachtet, wonach er als wartender Bräutigam nicht geseufzt hätte. Acht, so ist es bei der schändlichen und verwerflichen Liebe, so auch bei der erlaubten und berechtigten, so schließlich in der reinsten und edelsten Freundschaft. So ist es bei dem, der Tod war und lebendig wurde, der verloren war und wiedergefunden wurde. Die Freude ist umso größer, je größer die vorausgehende Last war. Wie kommt das, mein Herr und mein Gott, da du doch ewig für dich selbst alle Freude bist? Und manche Wesen in deiner Umgebung schöpfen unablässig Freude aus dir. Warum wechseln in diesem Teil der Welt das Versinken und das Aufrichten, die Beleidigungen und die Versöhnungen einander ab? Sollte das ihr Maß sein, der Anteil, den du ihnen gegeben hast, da du von den höchsten Himmeln bis zu den Tiefen der Erde, vom Anfang der Zeit bis zu ihrem Untergang, vom Engel herab bis zum Wurm, von der ersten bis zur letzten Bewegung, jeder Art von Gutem und allen deinen gerechten Werken den geeigneten Ort anweist und jedes zu seiner Zeit auftreten lässt? Ach, wie hoch bist du in den Höhen, wie tief in den Tiefen! Nirgends entziehst du dich, doch finden wir kaum zu dir zurück! Neun Nun denn, Herr, weck uns auf, ruf uns zurück, entzünde und entrücke, erglühe und entzücke uns, wir wollen lieben, wir wollen eilen. Gibt es nicht viele, die aus einem noch tieferen Schlund von Blindheit zu dir zurückkehren als Victorinus? Sie nähern sich und treten ans Licht. Wenn sie es empfangen, erhalten sie von dir die Macht, deine Kinder zu werden. Sind sie aber dem Volk weniger bekannt, so ist natürlich auch weniger Freude bei denen, die sie kennen. Die Freude, wenn sie von vielen geteilt wird, ist in den Einzelnen überströmender, wenn sie sich gegenseitig anlachen und entzünden. Auch sind berühmte Leute für viele ein Antrieb zum Heilen. Man sieht sie und zahlreiche folgen ihnen nach. Deshalb ist die Freude der Vorgänger groß, denn sie freuen sich nicht allein. Und keinesfalls werden in deinen Zelten die Reichen vor den Armen aufgenommen, die Edlen vor den Unedlen, da du viel eher das Schwache dieser Welt erwählt hast, um das Starke zu Schanden zu machen, das Unedle dieser Welt und das Verächtliche und das Nichtseiende, als ob es wäre, um das Seiende zunichte zu machen. Und doch war es dieser geringste deiner Apostel, durch dessen Mund du diese Worte gesprochen hast. Durch seine Waffen hat er den Provinzhauptmann Paulus entwaffnet, hat ihn unter das sanfte Joch deines Christus gebeugt und in die Provinz des großen Königs eingeführt. Deshalb ließ er seinen früheren Namen Saulus in Paulus umwandeln, um einen so großen Sieg zu kennzeichnen. Denn umso gründlicher wird der Feind in dem besiegt, den er am meisten festhält und durch den er am meisten fesselt. Stärker hält er die Stolzen aufgrund ihrer glänzenden Stellung fest und durch diese viele andere wegen ihres Ansehens. Je dankbarer man also die Sinnesänderung des Victorinus betrachtete, den der Teufel wie eine uneinnehmbare Festung in Besitz gehalten hatte, sowie die Zunge dieses Mannes, deren machtvolle und scharfe Geschosse viele zu Boden gestreckt hatte, umso lauter mussten deine Söhne nun jubeln. Unser König hatte den Starken gefesselt und sie sahen nun, wie die ihm abgenommenen Gefäße geläutert und zu deiner Ehre verwendet und nützlich wurden zu jedem guten Werk. 10. Sobald mir dein Diener Simplicianus die Geschichte des Victorinus erzählt hatte, entbrannte ihn mir der Wunsch, es ihm gleich zu tun. Mit dieser Absicht hatte er sie ja auch erzählt. Er fügte hinzu, zur Zeit des Kaisers Julian habe ein Gesetz den Christen verboten, Literatur und Redekunst zu dozieren. Da habe Victorinus es vorgezogen, weil er sich diesem Gesetz unterwarf, lieber das Schulgeräde zu verlassen als dein Wort, durch das du die Zungen der Kinder berät machst. Sein Glück erschien mir nicht geringer als sein Mut, da er einen Anlass gefunden hatte, sich ganz in deinen Dienst zu stellen. Das war es ja, wonach ich mich sehnte, ich, der ich nicht durch fremde Ketten, sondern durch das Eisen meines eigenen Willens gefesselt war. Der Feind hielt meinen Willen gefangen, aus ihm hatte er mir eine Kette gemacht und hielt mich eng gebunden. Aus einem verkehrten Wollen entspringt die Begierde, und wer der Begierde dient, verfällt der Gewohnheit, und wer der Gewohnheit nicht widersteht, verfällt der Notwendigkeit. Diese Dinge waren wie Kettenglieder aneinander geschmiedet, darum spreche ich ja von Kette, denn sie hielten mich in eiserner Knechtschaft fest. Der neu erwachte Wille in mir, dir umsonst zu dienen und dich allein zu genießen, du Gott, der du einzig und ohne Wanken glücklich machst, war noch nicht stark genug. Er konnte den früheren, durch die Jahre verfestigten Willen noch nicht überwinden. Und so stritten zwei Willen in mir, der eine alt, der andere neu, einer fleischlich, einer geistlich, und ihr Hader zerriss mir die Seele. 11 Daher verstand ich aus eigener Erfahrung, was ich gelesen hatte. Das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Mein Ich war auf beiden Seiten, aber stärker schon in dem, was ich in mir billigte, als in dem, was ich missbilligte. Hierin war ich schon weniger ich selbst, da ich dies zu einem großen Teil mehr unfreiwillig erlitt, als mit Willen tat. Trotzdem war die Gewohnheit angriffslustiger gegen mich geworden, und zwar deshalb, weil ich mit Willen dorthin gelangt war, wohin ich gar nicht wollte. Wer kann sich rechtens beschweren, wenn dem Sünder die gerechte Strafe nachfolgt? Zudem hatte ich die alte Entschuldigung nicht mehr. Früher schien es mir, ich könnte dir noch nicht in Weltverachtung dienen, weil ich die Wahrheit noch nicht deutlich gesehen hatte. Jetzt war diese sicher, ich aber noch an die Erde gebunden. Ich weigerte mich, in deinen Dienst einzutreten. Ich hatte Angst, mich des hinderlichen Gepäckes zu entledigen, obwohl man doch lieber fürchten sollte, damit belastet zu sein. 12 So drückte mich die Last der Welt wie sanfte Nötigung nieder. Meine Gedanken an dich waren so ähnlich wie die Last derjenigen, die erwachen möchten und sich von der Schwere der Schläfrigkeit übermannt wieder sinken lassen. Niemand will immer weiter schlafen, jeder Vernünftige zieht den Wachenzustand vor, aber der Mensch zögert doch oft genug, den Schlaf abzuschütteln, wenn die Glieder schwer betäubt sind. Obwohl es Zeit zum Aufstehen ist, genießt man den Schlaf mit Missfallen umso lieber. Mit Sicherheit war es besser, mich deiner Liebe zu übergeben, als meiner Begierde nachzugeben. Aber das eine gefiel und überzeugte, das andere schmeichelte und überwältigte. Ich wusste dir wirklich nichts zu antworten, wenn du mir sagtest, wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Als du mir so von allen Seiten die Wahrheit deiner Worte bewiesen hattest, konnte ich von der Wahrheit besiegt nichts antworten, außer mit schleppenden, schlaftrunkenen Worten, gleich, ja, ja, gleich, nur noch einen kleinen Augenblick. Aber diesem gleich, gleich folgte nie ein sofort, und der kleine Augenblick zog sich in die Länge. Umsonst fand ich Lust, an deinem Gesetz gemäß dem inneren Menschen, da ein anderes Gesetz in meinen Gliedern gegen das Gesetz meines Geistes stritt und mich dem Gesetz der Sünde in meinen Gliedern unterwarf. Das Gesetz der Sünde ist nur der gewaltige Zwang der Gewohnheit, von dem der Geist auch gegen seinen Willen hingeschleppt und festgehalten wird, und dieses zu Recht, da er sich willig darauf eingelassen hat. Wer hätte mich elenden von dem Leib dieses Todes befreien können, wenn nicht deine Gnade durch Jesus Christus unseren Herrn. 13 Du hast mich aus der Begierde nach dem Bett befreit, das mich so streng gefesselt hatte. Auch aus der Knechtschaft der weltlichen Geschäfte hast du mich befreit, was ich jetzt erzählen will, um deinen Namen zu loben, Herr, mein Helfer und Retter. Ich führte das gewohnte Leben, aber meine Beklemmung wuchs. Ich flehte täglich zu dir. Ich besuchte oft deine Kirche, sobald die Geschäfte es zuließen, unter deren Last ich zunehmend litt. Alipius lebte bei mir. Er war zur Zeit frei von seinen Rechtsgeschäften, nachdem er zum dritten Male Beisitzer gewesen war. Er wartete, wem er seine Ratschläge verkaufen könnte, so wie ich meine Redekunst zum Kauf anbot, wenn sie überhaupt lehrbar ist. Nebridius war aus Freundschaft bereit gewesen, sich einem und sehr verbundenen Manne als Unterlehrer zur Verfügung zu stellen, Werekundus, einem Meilen der Bürger und Grammatiker. Dieser brauchte ihn dringend und hatte ihn im Namen unserer Freundschaft erbeten. Nicht der Gewinn war es, der Nebridius bewegt hatte, denn er hätte als Literaturkenner viel mehr erreichen können. Er wollte einfach als gefälliger und liebenswürdiger Freund, weil er die Pflicht des guten Willens kannte, unsere Bitten nicht zurückweisen. Er ging dabei ganz besonnen vor, indem er es vermied mit hochgestellten Persönlichkeiten nach Art der Welt zu verkehren. Dadurch vermied er alle Verstörungen des Geistes, für den er so viele Stunden wie möglich zum Nachdenken, zum Lesen, zum Gespräch über die Weisheit freihalten wollte. 14 Eines Tages nun, ich weiß nicht mehr, weshalb Nebridius nicht anwesend war, trat bei mir und Alypius ein gewisser Ponticianus ein, ein Landsmann von uns aus Afrika. Er bekleidete im Palast eine hohe Stellung. Was er von uns wollte, weiß ich nicht mehr. Wir setzten uns und plauderten. Da bemerkte er zufällig ein Buch auf dem Spieltisch. Er griff danach und fand ganz unerwartet den Apostel Paulus. Er hatte auf ein Werk meines Berufes, der mich aufrieb, gerechnet. Er lächelte, schaute mich an, beglückwünschte mich mit Verwunderung, weil er ein solches und gerade dieses Buch so unverhofft bei mir entdeckt hatte. Er war selbst ein Christ, der zu seinem Glauben stand und lag oft vor dir, meinem Gott, in vielen langen Gebeten auf den Knien. Ich erzählte ihm von meiner sorgfältigen Beschäftigung mit diesen Schriften. Das Gespräch brachte ihn dazu, von Antonius zu erzählen, dem ägyptischen Mönch, dessen Namen bei deinen Knechten in hohem Ansehen stand, der uns aber bisher ganz unbekannt war. Als er das merkte, erzählte er uns, die wir nichts wussten, noch mehr über diesen großen Mann, verwundert über unsere Unkenntnis. Wir staunten, als wir von deinen Wundern hörten, die sich so gut bezeugt in jüngster Vergangenheit fast noch in unseren Tagen im rechten Glauben und in der katholischen Kirche zugetragen hatten. Das Staunen war gegenseitig. Wir wunderten uns über so große Taten, eher über unsere Unkenntnis. 15 So kam er auf die Fülle der Einsiedeleien zu sprechen, auf ihre Lebensart, die ein Wohlgeruch vor die ist, auf die fruchtbaren Wüsten der Eremiten. Auch davon ahnten wir nichts. Auch in Mailand gab es außerhalb der Stadtmauern ein Kloster voll heiliger Brüder. Ambrosius betreute es, ohne dass wir davon wussten. Pontitianus bereitete sich über das Thema immer weiter aus und wir hörten schweigend zu. So berichtete er, er sei eines Nachmittages vermutlich in Trier, als der Kaiser nachmittags die Zirkusspiele besuchte, mit drei Kameraden in den Gärten an den Stadtmauern spazieren gegangen. Es ergab sich, dass sie sich in zwei Gruppen getrennt hatten, er mit einem anderen nach hier, die zwei übrigen nach dort. Diese beiden seien auf eine Hütte gestoßen, wo ein Paar deiner Diener wohnten, Arme im Geiste, denen das Reich Gottes gehört. Dort hätten sie ein Buch mit dem Leben des Antonius vorgefunden. Einer von ihnen beginnt zu lesen, schon gerät er in Staunen, entflammt sich und überlegt beim Lesen, ob er nicht das gleiche Leben beginnen, seine weltlichen Dienste verlassen und dir allein dienen sollte. Sie gehörten beide zu den sogenannten kaiserlichen Kommissaren. Plötzlich, von heiliger Liebe erfüllt und von ernüchterter Scham über sich selbst erzürnt, blickt der Lesende seinen Freund an und spricht zu ihm, sage mir doch, was erstreben wir denn mit all unseren Mühen? Was suchen wir? Wofür schinden wir uns? Können wir am Hof noch weiter kommen, als Freunde des Kaisers zu werden? Und ist in einer solchen Stellung nicht alles zerbrechlich und voll von Gefahren? Durch wie viele Gefahren hindurch gelangt man nicht zu dieser noch größeren Gefahr? Und wann gelangt man schon hin? Ein Freund Gottes dagegen kann ich, falls ich will, jetzt sofort werden? So sprach er, und während die Wehen des neuen Lebens ihn umtrieben, schweiften seine Augen auf das Buch zurück. Er las weiter und wurde im Inneren, wo du ihn sehen konntest, ein anderer. Es erwies sich bald, dass sein Geist sich von dieser Welt losgelöst hatte. Noch während er las und sein Herz wogte, stöhnte er mit einem Male auf, sah die Entscheidung vor sich und entschied sich für das Bessere. Schon als der Deine sprach er zu seinem Freund, was mich betrifft, so habe ich mich von unserer bisherigen Hoffnung losgerissen und beschlossen, Gott zu dienen, und zwar jetzt gleich. Gleich an diesem Orte fange ich an. Verdrießt es dich, mich nachzuahmen, so hindere mich wenigstens nicht daran. Der andere erwiderte, er wolle bei ihm bleiben, als eines solchen Lohnes und solchen Dienstes. Schon gehörten sie dir. Sie konnten beide mit dem nötigen Geld ihren Turm bauen, indem sie alles verließen und dir nachfolgten. Ponticianus und sein Begleiter, die sich zusammen in einem anderen Teil des Gartens auffielten, machten sich nun auf die Suche nach den beiden, fanden den Ort und ermahnten die gefundenen heimzukehren, da es Zeit und schon abends sei. Die beiden berichteten von ihrer Entscheidung, von der Art und Weise, wie der Entschluss in ihnen entstanden und gereift wäre und baten, ihnen nicht gram zu sein, wenn sie ihnen nicht folgten. Diese änderten ihr Leben zwar nicht, weinten aber, wie Ponticianus erzählte, über sich selbst, wünschten den beiden freundlich ein gutes Geschick, empfahlen sich ihren Gebeten und kehrten dann, ihr Herz auf der Erde weiterschleifend in den Palast zurück. Die zwei, die ihr Herz im Himmel fest gemacht hatten, blieben in der Hütte zurück. Beide hatten Bräute, die ebenfalls ihre Jungfräulichkeit weiten, als sie später von dem Vorfall erfuhren. 16 So erzählte Ponticianus, du aber hast, Herr, während er es erzählte, mich gegen mich selbst gewendet und mich von hinter meinem Rücken hervorgeholt. Dort hatte ich mich versteckt, um mich nicht selbst ansehen zu müssen. Du hast mich vor mein Gesicht gestellt, um mich schauen zu lassen, wie hässlich ich war, wie entstellt, wie schmutzig, voll von Flecken und Geschwüren. Ich sah es und war entsetzt. Es gab keine Möglichkeit mehr, mir selbst zu entfliehen. Wenn ich versuchte, den Blick von mir abzuwenden, dann traf mich erneut der Bericht dieses Menschen. Du hast mich wieder vor mich hingestellt, du hast mich in meine Augen gebohrt, damit ich meine Bosheit erkenne und sie hasse. Ich wusste wohl um sie, hatte sie aber vor mir versteckt. Ich hatte die Augen geschlossen und wollte vergessen. 17 Je mehr ich diese Männer damals liebte, von deren heilsamer Leidenschaft ich gehört hatte, weil sie sich ganz dir übergeben hatten, um von dir geheilt zu werden, desto mehr verachtete und hasste ich mich selbst im Vergleich mit ihnen. Schon etwa zwölf Jahre waren ins Land gegangen, seit ich mit meinen 19 Jahren den Hortensius des Cicero gelesen und zur Weisheitsliebe erwacht war. Immer wieder hatte ich es hinausgeschoben, auf irdische Lust zu verzichten und sie zu suchen. Nicht erst das Finden, schon die Suche nach ihr war dem Finden von irdischen Schätzen, von Macht über Völker, von körperlicher Lust, die auf jeden Wink im Überfluss herbeiströmte, vorzuziehen. Ich, armseliger Mann dagegen, schon von meinem Jünglingsalter an armselig, hatte von dir bereits Keuschheit erbeten mit Worten wie »Gib mir Keuschheit und Zucht, nur nicht sofort.« Ich hatte Angst zu schnell von dir erhört und von der begehrlichen Krankheit geheilt zu werden, an dessen Sättigung mir mehr lag als an der Heilung. So war ich die schlimmen Wege eines gottlosen Wahnes gegangen, ohne ihrer doch gewiss zu sein. Ich zog sie nur allen übrigen vor, die ich nicht sorgfältig erforschte, sondern feindlich abstritt. 18 Ich hatte gemeint, ich würde nur deshalb deine Nachfolge von Tag zu Tag aufschieben und die weltliche Hoffnung verachten, weil ich noch nicht sicher wusste, wohin ich meine Schritte setzen sollte. Nun war der Tag gekommen, ich stand nackt vor mir und mein Gewissen rüttelte mich auf. Was Was hat dir die Sprache verschlagen? Du hast doch behauptet, die Eitel Last nur wegen der ungewissen Wahrheit nicht abwerfen zu wollen. Jetzt bist du sicher, aber in der Eitelkeit steckst du noch immer. Andere haben weniger Zeit mit Suchen vertan, sie haben nicht über ein ganzes Jahrzehnt mit solchem Grübeln verbracht, ihnen wachsen an den freien Schultern schon Flügel. So sprach es in meinem Inneren. Schauerliche Scham zernagte mich bei der von Ponticianus erzählten Geschichte. Als dieser seine Erzählung beendet und das Geschäft erledigt hatte, das hinher gebracht, kehrte er heim, ich aber kehrte in mich zurück. Was musste ich mir nicht alles sagen? Mit was für Hieben geißelten meine Gedanken meine Seele, damit sie mir, der ich Versuchte gehorchen sollte. Sie bockte, sie versteifte sich, sie wusste keine Entschuldigung mehr. Alle guten Gründe waren erschöpft und widerlegt, ihr blieb nur ein stummes Zittern, sie fürchtete den Tod, dem Fluss der Gewohnheit zu entsagen, die sie doch bis zum Tode erschöpfte. 19 Jetzt, mitten in meinem inneren Haus, war in der letzten Kammer meines Herzens ein heftiger Kampf entbrannt. Gesicht und Geist verstört, drang ich auf Olympius ein und schrie, wie, ertragen wir das, hast du das gehört? Einfache Leute stehen auf, sie reißen den Himmel an sich, und wir, mit unserer herzlosen Wissenskunst, wälzen wir uns in Fleisch und Blut. Sie sind vorangegangen, schämen wir uns deshalb ihnen zu folgen, oder schämen wir uns, dass wir ihnen nicht einmal folgen. So ungefähr redete ich, dann riss mich der Sturm in meinem Innern von ihm los. Er sah mich bestürzt und schweigend an. Meine Worte klangen ihm fremd, Stirn, Wangen, Augen, Gesicht, Stimme verrieten mehr über meinen Zustand als die Worte, die ich hervorstieß. Zu dem Haus gehörte ein kleiner Garten, der uns wie das ganze Haus zur Verfügung stand, denn unser Gastgeber, dem es gehörte, bewohnte es nicht. Dorthin hatte mich der innere Sturm getrieben. Niemand würde dort den harten Kampf stören, den ich mit mir selbst begonnen hatte, bis zu dem Ende, den du immer gekannt hast, ich aber nicht. Ich fieberte, um zu gesunden, ich starb dahin, um zu leben. Vom Bösen in mir wusste ich, aber noch nicht vom Guten, das mir in kurzer Zeit zukommen sollte. Ich zog mich in den Garten zurück, und Alypius folgte mir auf dem Fuße. Ich blieb zwar auch in seiner Gegenwart mit meinem Geheimnis allein, aber wie hätte er mich in dieser Verstörung allein lassen können? Besetzten uns möglichst weit vom Hause entfernt nieder. Ich war in höchster Entrüstung darüber, weil ich nicht nach deinem Gefallen und in deiner Gemeinschaft ging. Du, mein Gott, wohin doch all mein Gebein gehen wollte, was diese Knochen bis in den Himmel rühmten. Dorthin gelangt man allerdings nicht mit Schiffen, mit Pferdewagen oder zu Fuß, und wären es nur so wenige Schritte wie vom Haus bis zu unserem Sitzplatz. Vom Start bis zum Ziel war nur der Wille erforderlich, sich aufzumachen, aber ein fester, ein ganzer Wille, kein halb Wunder, der sich dahin und dann wieder dorthin wendet, der im Aufstieg vom Abstieg bekämpft wird. Zwanzig In dieser heißen Bedrängnis machte ich schließlich Verrenkungen, wie sie Menschen manchmal wohl tun möchten, aber nicht zu tun vermögen, denn entweder versagen ihnen die Glieder, oder sie sind angekettet, oder sie sind vor Krankheit schlaff oder sonst wie behindert. Ich raufte mir die Haare, schlug mir die Stirn, umspannte mit verschlungenen Fingern die Knie, aber freiwillig. Ich hätte es nicht tun können, wenn mir die Glieder den Dienst versagt hätten, auch beim besten Willen nicht. So tat ich vieles, bei dem das Wollen nicht das Können war, tat nur das eine nicht, was ich unvergleichlich lieber getan und was ich, sofern der Wille da gewesen wäre, auch gekonnt hätte. Wäre bloß der Wille da gewesen, hätte ich es eben gewollt. Das Können war hier eins mit dem Wollen, der Wille selbst war schon die Tat. Dennoch geschah nichts. Leichter gehorcht der Körper dem leisesten Wink der Seele, mit dem sie ein Glied bewegt, als dass die Seele sich selber gehorcht, um ihren starken Willen durch bloßes Wollen ins Werk zu setzen. 21 Woher dieses Ungeheuer? Was ist sein Sinn? Dein Erbarmen erleuchte mich, damit ich fragen kann. Vielleicht können mir die geheimen Strafen der Menschen und die tief verhüllten Bedrängnisse der Adams Kinder einigen Aufschluss geben. Woher dieses Ungeheuer? Was ist sein Sinn? Befehl gibt der Geist dem Leib, dieser gehorcht sofort. Befehl gibt der Geist sich selbst, da ist Widerstand. Der Geist befiehlt der Hand sich zu regen und das geht so leicht, dass Befehl und Ausführung kaum zu unterscheiden sind. Der Geist ist doch Geist, während die Hand Leib ist. Der Geist befiehlt dagegen dem Geist zu wollen, es ist derselbe Geist und er tut es doch nicht. Woher dieses Ungeheuer? Was ist sein Sinn? Er befiehlt, sage ich zu wollen, führt nicht aus, was er will. Er will eben nicht ganz, deshalb befiehlt er nicht ganz. Er befiehlt nur, soweit er will, und das Befohlene erfolgt in dem Maße nicht, als er nicht will. Denn der Wille befiehlt dem Willen zu sein, und zwar nicht als ein anderer Wille, sondern als er selbst. Somit befiehlt er nicht voll, deshalb geschieht das Befohlene sein, er wäre schon da. Da ist also kein Ungeheuer, wenn man teils will, teils nicht will, sondern eine Krankheit des Geistes. Von der Wahrheit emporgehoben erhebt sich der Geist nicht als Ganze, weil die Gewohnheit ihn niederhält. Somit sind zwei Willen da, weil keiner von beiden der ganze Wille ist. Was der eine besitzt, fehlt dem anderen. 22 Verfliegen wie Rauch vor deinem Angesicht, O Gott, sollen die eitlen Schwätzer und Seelen Verführer die zwei gegensätzliche Willen feststellen und dann behaupten, es gebe zwei Naturen mit gegensätzlichem Geist. Die eine Natur sei gut, die andere böse. Sie selber sind böse, wenn sie das Böse so denken. Sie wären gut, wenn sie das wahre dächten und seine Wahrheiten bedächten. Dann könnte dein Apostel einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht im Herrn. Licht wollten sie zwar sein, aber nicht im Herrn, vielmehr in sich selbst, da sie der Meinung waren, das Wesen der Seele sei dasselbe wie Gott. So wurden sie tiefe Finsternis, da sie sich in schrecklicher Anmaßung weit von dir entfernt hatten, dem wahren Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt. Passt auf, was ihr sagt, schämt euch, blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten und ihr braucht nicht zu erröten. Als ich mir damals überlegte, wie ich dem Herrn meinem Gott nach längst gefasstem Vorsatz dienen könnte, da war ich es, der wollte, da war ich es, der nicht wollte, ich war es, weder mein Wollen noch mein Nicht Wollen waren voll, deshalb stritt ich mit mir und so zerriss ich mich selbst. Der Riss erfolgte gegen meinen Willen, zeigte jedoch keineswegs die Gegenwart einer fremden geistigen Natur an, sondern nur meine Strafe. Nicht ich rief ihn also hervor, sondern die in mir wohnende Sünde, als Strafe für eine frei begangene Sünde, denn ich war ein Sohn Adams. 23 Gäbe es so viele gegensätzliche Naturen wie gegensätzliche Willen, so gäbe es nicht zwei, sondern viele Naturen. Wenn einer überlegt, ob er lieber zu ihrer Versammlung oder ins Theater geht, so rufen sie schon, seht die beiden Naturen, die Gute würde ihn hierhin führen, die Böse zieht ihn dorthin, woher käme sonst das Zögern der zerstrittenen Willen. Ich aber sage, beide Willen sind böse, der zu diesen Leuten führt und der zum Theater verlockt. Sie sind der Meinung, gut sei nur, was zu ihnen führt. Wie verhält es sich denn, wenn einer von uns überlegt und zwei Willen sich in ihm streiten, wenn er schwankt, ob er ins Theater gehen soll oder in unsere Kirche? Werden dann nicht auch diese Leute mit ihrer Antwort schwanken? Entweder antworten sie, aber das wollen sie nicht, der gute Wille Führer in unsere Kirche, wie er diejenigen hinführt, die in ihre Geheimnisse eingeweiht sind und darin bleiben. Oder sie behaupten, zwei böse Naturen und böse Geister können im gleichen Menschen im Streit sein, womit sich das von ihnen sonst Gesagte, der eine sei gut, der andere böse als falsch erweist. Oder sie müssten sich zur Wahrheit bekennen. Sie dürften nicht länger leugnen, dass der eine Geist des Menschen, wenn er überlegt, von gegensätzlichen Willen bedrängt wird. 24. Wenn sie also im gleichen Menschen zwei Willen im Widerstreit sehen, sollen sie nicht mehr sagen, zwei feindliche Geiste aus zwei feindlichen Substanzen und zwei feindliche Prinzipien würden gegeneinander kämpfen. Der eine Geist gut, der andere böse. Denn du bist der wahrhaftige Gott und verurteilst sie, du widerlegst und besiegst sie. Nehmen wir zum Beispiel den Fall, in dem zwei böse Willen gegeneinander stehen. Einer überlegt, ob er einen Menschen durch Gift oder mit dem Dolch umbringen soll, ob er das eine oder das andere Grundstück ausrauben soll, falls er nicht beides auf einmal haben kann, ob er aus Lust ein Vergnügen erkaufen oder sein Geld als Geizhaltsliebe behalten soll, ob er, wenn es auf den gleichen Tag fällt, lieber den Zirkus oder das Theater besuchen oder ich füge einen dritten Fall hinzu, in einem fremden Haus stehlen soll, falls Gelegenheit besteht oder als viertes nicht lieber einen Ehebruch begehen soll, falls sich dazu ein Anlass bietet. Gesetzt also, dieses alles bietet sich gleichzeitig an und erscheint gleich begehrenswert, obwohl es nicht gleichzeitig durchführbar ist, dann wird die Seele durch vier gegeneinander stehende Regungen zerrissen oder durch mehr noch, da so vieles begehrt werden kann. Selbst die Manichäer nehmen im Allgemeinen keine solche Menge verschiedener Substanzen an. Ebenso bei den guten Regungen. Ich frage sie, ob es gut ist, sich an der Lesung des Apostels zu erfreuen, ob es gut ist, sich an einem ernsten Psalm zu erquicken, ob auf jede dieser Fragen antworten sie mit Ja. Nun, wenn man all das zur gleichen Zeit erfreulich findet, ziehen da nicht verschiedene Willensregungen durch das Herz des Menschen, während es berät, was es am liebsten in Angriff nehmen möchte, bis es sich endlich entschließt und den bisher gespaltenen Willen auf das eine Ziel richtet, so ist es auch, wenn die Ewigkeit von oben her erfreut und die Lust an einem irdischen Gut von unten her festhält, dann will die eine Seele nicht mit ganzem Willen dies oder das, sie wird von einer peinlichen Qual zerrissen, während sie in Wahrheit das eine vorzieht, lässt sie in Gewohnheit vom anderen nicht ab. 25 So war ich krank und quälte mich mit bitteren Vorwürfen, ich wandte und wälzte mich in meiner Kette, um sie endlich abzuwerfen, sie saß nur noch locker, aber sie hielt noch fest. Du, Herr, bist weiter in meine verborgenen Tiefen gedrungen, dein strenges Erbarmen geißelte mich doppelt mit Angst und mit Scham, ich sollte nicht wieder loslassen, kein kleiner Rest sollte hängen bleiben, er sollte nicht neue Kraft gewinnen und mich dann noch fester binden. Im Inneren sagte ich mir, jetzt gleich, jetzt soll es geschehen und mit solchen Worten ging ich auf die Entscheidung los. Beinahe tat ich es bereits und tat es doch nicht, aber fiel auch nicht auf den früheren Platz zurück, sondern hielt in der Nähe inne und holte Atem. Ich setzte von neuem an und kam schon ein wenig näher, nochmals näher. Fast, fast schon berührte ich es und hielt es fest, aber ich war noch nicht dort, ich berührte es nicht und hielt es nicht fest, ich zögerte, dem Sterben zu sterben und dem Leben zu leben. Stärker war in mir die schlechte Gewohnheit als das ungewohnte bessere. Der Zeitpunkt, an dem ich ein anderer werden sollte, flößte mir, je näher er kam, einen immer tieferen Schrecken ein, doch war für mich nicht mehr zurück, er hielt mich in der Schwebe. 26 Noch hielten mich meine alten Freundinnen auf, die nichtigen Nichtigkeiten, die eitlen Eitelkeiten, sie zupften mir am Fleische herum und zischten, schickst du uns weg? Genau von dem Moment an werden wir in Ewigkeit nicht mehr bei dir sein, genau von dem Moment an wird dir dies und das für alle Ewigkeit versagt sein. Ach, was waren das für Dinge, all das dies und das, was sie mir vorgegaukelt haben, du mein Gott, dein Erbarmen schlage es nieder vor der Seele deines Knechtes. Was für ein Dreck flüsterten sie, welche Niedertracht. Ich hörte schon kaum mehr hin, es waren keine Einwände, die freimütig und von vorn mir entgegen kamen, sondern ein Zischen hinter dem Rücken. Während ich wegging, versuchte es mich verstohlen zu verlocken, damit ich mich noch einmal umdrehe. Trotzdem hemmten sie mich, ich zögerte mit dem Losreißen und Abschütteln und mit einem Sprung dorthin zu gelangen, woher der Ruf erscholl. Gewaltig fuhr mich die Gewohnheit an. Meinst du, du wirst es ohne sie aushalten? 27 Aber das sprach sie schon mit ganz matter Stimme, denn von der Seite, wohin ich mein Gesicht gewandt hatte, wohin ich zitternd ging, enthüllte sich die keusche Würde der Enthaltsamkeit. Sie war heiter und nicht zügelos, sie war fröhlich und ihr beeinladend. Ich sollte nicht länger zögern, sondern kommen. Fromme Hände waren gefüllt mit Scharen von guten Beispielen, sie streckten sich nach mir aus, um mich in die Arme zu schließen. Es gab dort viele Jünglinge und Mädchen, viele jüngere Leute von jedem Alter, ernste Witwin und bejahte Jungfrauen. In diesen allen war die Enthaltsamkeit durchaus nicht unfruchtbar, sondern eine fruchtbare Mutter mit vielen Kindern aus ehelichen Freuden mit dir Herr dem Bräutigam. Sie lächelte mir zu und mahnte mich mit leisem Spott, als wollte sie sagen, Kannst du wirklich nicht, was diese Männer und Frauen konnten? Meinst du, sie konnten es aus sich selbst und nicht aus Gott ihrem Herrn? Der Herr, ihr Gott, hat sie mir gegeben. Was bleibst du in dir stehen, wo du doch nicht stehen kannst? Wirf dich in ihn hinein, hab keine Angst. Er geht nicht weg, sodass du hinfällst. Wirf dich getrost hinein, er fängt dich auf, er heilt dich. Ich schämte mich sehr, da ich das Flüstern der Eitelkeiten noch immer hörte und im Zögern festsaß. Die Enthaltsamkeit fing wieder an und schien zu sagen, werde taub für deine unreinen irdischen Glieder, damit sie absterben. Sie reden dir von Genüssen, aber sie entsprechen nicht dem Gesetz des Herrn deines Gottes. Dieser Streit in meinem Herzen war nur ein Streit gegen mich selbst. Allypius immer an meiner Seite erwartete schweigend den Ausgang dieser seltsamen Erregung. 28 Sobald das tiefe Nachdenken mein ganzes Elend aus seinen verborgenen Abgründen hervorgezogen und vor den Blick meines Herzens gebracht hatte, erhob sich ein schwerer Sturm, der einen gewaltigen Tränensturz mit sich brachte, damit er sich ganz und laut ergießen konnte, stand ich auf und verließ Allypius. Einsamkeit schien mir besser geeignet zu sein für das Werk der Tränen. Ich ging weit weg, bis mich die Gegenwart des Freundes nicht mehr bedrückte. So stand es um mich. Er begriff es. Ich hatte etwas gesagt, mit schweren Tränen in der Stimme und war dann aufgestanden. Er blieb betroffen an der Stelle stehen, wo wir gesessen hatten. Ich warf mich unter einen Feigenbaum und ließ meinen Tränen freien Lauf. Ströme brachen aus meinen Augen er vor ein Opfer, das dir gefällt. Ich sagte dir vieles, nicht in diesen Worten, aber doch in diesem Sinne. Und du Herr, wie lange noch, wie lange säumst du? Wirst du mir bis ans Ende zürnen? Ach, denke nicht an meine alten Sünden. Denn nur sie, ich fühlte es, hielten mich noch zurück. Jämmerliche Worte stieß ich aus. Wie lange, wie lange noch, immer nur morgen, warum nicht zu dieser Stunde das Ende meiner Schmach? 29 Das sagte ich und weinte bitter zerknirscht in meinem Herzen. Da höre ich aus dem Nachbarhaus eine Stimme singen und immer wiederholen, ich ob ein Knabe oder ein Mädchen. Nimm es, lies es, nimm es, lies es. Sofort veränderte sich mein Gesicht. Ich dachte angestrengt nach, ob Kinder bei einem Spiel so etwas singen. Ich konnte mich nicht erinnern, es je gehört zu haben. Ich hielt die Tränen zurück, stand auf und wusste keine andere Deutung, als dass Gott mir befiehlt, das Buch zu öffnen und den ersten Abschnitt zu lesen, auf den ich stoße. Ich hatte nämlich von Antonius gehört, er hätte aus einer zufälligen Stelle im Evangelium eine persönliche Mahnung herausgehört, hat sei zu ihm gesagt worden, geh verkauf alles was du hast, gib es den Armen und du wirst deinen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Auf dieses Gotteswort hin hätte er sich sofort zu dir bekehrt. So kehrte ich aufgeregt zu dem Platz zurück, wo Olympius saß, weil ich dort beim Aufstehen das Buch des Apostels hingelegt hatte. Ich nahm es, schlug es auf und las die erste Stelle, worauf mein Auge fiel, lebt ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht, legt den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden erwachen. Weiter wollte ich nicht lesen, es war nicht nötig. Kaum hatte ich den Satz zu Ende gelesen, da strömte wie ein Licht die Gewissheit in mein Herz und alle Schatten des Zweifels verschwanden. 30 Ich legte den Finger oder vielleicht sonst ein Zeichen hinein, schloss das Buch und jetzt mit ruhigem Gesicht gab ich Allypius Bescheid. Er seinerseits verriet mir nun, was in ihm vorging. Ich ahnte es nicht. Er wollte wissen, was ich gelesen hatte. Ich zeigte ihm die Stelle. Er las noch weiter, als ich selbst gelesen hatte, ich kannte die Fortsetzung nicht. Dort stand, nehmt den an, der im Glauben schwach ist. Allypius wandte das auf sich selbst an und ließ es mich wissen. Durch diese Ermahnung wurde er gefestigt. Ohne Unruhe nahm er sich das Gute vor und entsprechend seinem Lebenswandel, durch den er mir schon längst zum Besseren weit vorausgeeilt war, schloss er sich mir ohne Zögern an. Wir gehen hinein zur Mutter, wir sagen es ihr, sie freut sich, wir erzählen ihr, wie alles zuging, sie jubelt und triumphiert, sie preist dich, der durch seine Macht unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können. Denn sie sah, wie viel mehr du ihr für mich gewährt hast, als sie mit ihren gewohnten Bitten, mit ihren armen Tränen und Seufzern zu erreichen vermochte. Du hast mich in der Tat so zu dir bekehrt, dass ich keine Gattin mehr suchte, noch sonst etwas hoffte, was in der Welt galt. Nun stand ich bei der Messlatte des Glaubens, bei dem sie mich gemäß deiner Offenbarung vor Jahren erblickt hatte. Du hast ihre Trauer in Freude verwandelt, viel mehr als sie erbeten hatte, viel köstlicher und keuscher, als sie von den Enkelkindern meines Fleisches erwarten konnte.